Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Node.js natürlich und SQLite. Heute als allererstes kleine Änderungen, die ich gemacht habe, ich habe das Ding hier wieder in SQLite zurück umbenannt, weil man das schon so machen sollte, sage ich jetzt mal, denn ja, es hat einen Grund, warum man immer die Konstanten immer klein benennt und genau, im Endeffekt gleichen Namen wie die Module an sich. Und deswegen, ich möchte hier nicht gegen Konventionen oder sowas verstoßen, es tut mir sehr leid, falls ich irgendjemand damit offendet habe. Und ja, lasst uns dann direkt hier weitermachen. Was wir heute machen wollen, ist, wir wollen ja diese Verbindung herstellen. Ich mache das hier auch mal ganz kurz, SQLite. So, ich möchte ja hier diese Verbindung herstellen. Ich habe das hier jetzt auch mal wieder auskommentiert, damit wir auch sehen, was dann am Ende alles in Users drin ist. Und ja, wir werden natürlich auch die MySQL Workbench benutzen dazu. Aber wir müssen, bevor wir irgendwas machen, weil wir ja wirklich alles von SQLite regeln lassen, also das Erstellen von der Tabelle, alles drum und dran, ja. Deswegen müssen wir als allererstes mal hergehen und sagen, wie so ein Modell überhaupt aussieht, was da für Informationen drinstehen über unseren User. Und hier gehen wir jetzt einfach mal her und bauen uns die Class User tatsächlich. Bei einem ORM, bei einem Object Relational Mapping, passiert folgendes. Ihr führt eigentlich kein SQL aus. Ihr führt eigentlich kein Select All From Users aus, sondern das wird ja alles für euch gemacht. Und was ihr am Ende zurückbekommt, wenn ihr User holt, dann ist das ein Array aus Usern im Endeffekt. Und diese User müssen natürlich irgendwo definiert sein. Und das ist das Modell. Ihr definiert quasi, wie etwas wie ein Objekt aussieht, das direkt aus der Datenbank kommt und in das die Werte eingepflanzt wurden. So könnt ihr halt relativ unkompliziert dann drauf zugreifen und ihr habt eine gewisse Objektorientierung gleich mit dabei. So, dementsprechend sagen wir hier, das Ding soll bitte auch ein Model sein. Und Model müssen wir erstmal noch importieren. Was wir hier oben aus SQLize übrigens mitbekommen. Das heißt, wir können hier einfach hergehen und statt einfach nur SQLize, also die Datenbankverbindung zu importieren, können wir gleich noch hierher gehen und das Model importieren. Und was wir auch gleich brauchen werden, sind die Data Types. So, also wir haben jetzt also ein Model erschaffen. Beziehungsweise wenn wir hier die geschweiften Klammern machen, dann haben wir unser Model erschaffen. Und jetzt müssen wir noch angeben, also wir haben jetzt eine Klasse namens User. Aber wir wissen immer noch nicht, wie sie aussieht. Und das machen wir über die Init-Funktion. User.init Und das Init bedeutet im Endeffekt, wir legen auch gleichzeitig dafür alle Datenbanken etc., falls noch nicht vorhanden. Das heißt, hier schreiben wir erstmal rein, was genau eigentlich einen User ausmacht. Und am Ende sagen wir auch, mit welcher Datenbankverbindung wir das bitte machen wollen. Könnte ja auch sein, dass wir hier mehrere Datenbankverbindungen haben. Das ist ja durchaus möglich. Dementsprechend sagen wir hier drin jetzt, okay, ein User hat folgende Attribute. Deswegen steht da auch Attributes. Erstmal hatten wir uns auf einen User-Namen geeinigt. Und der hat einen Datentyp. Jetzt müssen wir hier quasi mit Daten hantieren, obwohl wir eigentlich nicht mal TypeScript schreiben. Das liegt einfach daran, dass die Datenbank natürlich Datentypen braucht. Dementsprechend sagen wir hier Data Types Punkt. Was wird jetzt wohl sein? Ich würde mal vorschlagen, ein String als Namen ist ganz sinnvoll. Kann man machen. Und jetzt können wir noch hier weitermachen. Ich will jetzt einmal nur mal ganz kurz zeigen, welche Datentypen es alle gibt. Ach ja, das funktioniert so nicht. Sagen wir einfach mal Level. Level Punkt. Level ist das hier. So, wir haben Daten. Also, wir haben sowas wie ein Geburtsdatum oder ein Registrierungsdatum oder was auch immer ihr da haben wollt. Das ist dann natürlich über zum Beispiel New Date zu setzen und darüber kann ich dann mir ein Datum machen. So, jetzt kann ich hier aber auch ein Blob haben. Das ist einfach nur irgendein Platzhalterdatum. Ich kann ein Array haben. Ich kann große Zahlen haben. Ich kann Booleans haben, also Wahrheitswerte. Ich kann Buchstaben haben. Ich kann einen Haufen verschiedene Sachen haben. Vielleicht hervorzuheben noch der Decimal oder auch das JSON-Objekt. Ich kann hier quasi alles Mögliche reinschreiben, was ich möchte. Ich würde euch fast empfehlen, normalerweise zu den Standard-Datentypen da zu bleiben. Das heißt, String, Date oder Big Int ist zum Beispiel auch sehr, sehr häufig. Und ja, ich würde sagen, das reicht in den allermeisten Fällen. Aber es bleibt euch überlassen, was ihr am Ende dafür braucht. Okay, jetzt ist das eigentlich alles, was wir unserem User gegeben haben. Das letzte Mal schon. Wir haben ja hier eine relativ einfache Datenbank. Und je mehr Daten wir sammeln, desto mehr müssen wir auch auf Datenschutz achten. Dann vergesst das bitte nicht. Was wir jetzt hier also auch noch machen ist, wir müssen angeben, wie wir uns damit verbinden wollen. Wo ist das Ding denn drin gespeichert? Options heißt das Ganze. Und hier packen wir SQLize direkt mit rein. So, cool. Dann machen wir noch eine weitere Sache. Und das wird mir hier schon direkt vorgeschlagen, wenn man es immer macht. Auch wenn ihr übrigens, wenn man hier mal ganz kurz das Ganze sieht, das ist wirklich ein, da gibt es noch einige Optionen, die man hier der Datenbank mitgeben kann. Also wir wissen hier zum Beispiel Charset. Kann ich zum Beispiel auf chinesische Schriftzeichen stellen, wenn ich das möchte. Ich kann aber auch Created Add oder sowas mit reingeben. Ich kann Freeze Table Name oder Has Trigger Hooks oder was auch immer alles. Da gibt es viel, was man machen kann und viel, was man auch noch lernen kann. Aber ja, sagen wir einfach mal, wir bleiben erstmal beim Model Name. Und den Rest gucken wir uns dann vielleicht in einer Datenbankreihe separat an. Okay, also, was ist ein Model Name? Ein Model Name ist im Endeffekt der Name für eure Tabelle quasi. Und der definiert dann auch, beziehungsweise kennzeichnet auch, was ihr da eigentlich drin habt. Ich würde euch stark empfehlen, das immer gleich wie die Klasse zu nennen und dann halt einfach lowercase zu schreiben. So, und jetzt wollen wir asynchrones JavaScript benutzen, um hier mal unseren ersten User reinzuschreiben. Wir gucken einfach mal, was wir damit machen können. Und zwar, wir sagen hier, wir machen das jetzt direkt hier drin, okay? Also wir machen jetzt nichts Aufwendiges. Wir wollen hier drin einfach erstmal nur einen neuen User anlegen und zwar mit Async. Async und dann bauen wir uns eine Arrow-Funktion. Das heißt, wir haben eine asynchrone Funktion, die eben ausgeführt wird, wenn sie ausgeführt werden soll. Und wir wollen diese Funktion gleich noch ausführen. So, das ist im Endeffekt das Grundgerüst. Also wir bauen uns eine asynchrone Funktion und führen diese gleich aus, damit wir sie irgendwann machen können. Sieht wahnsinnig schlimm aus, aber ja, so ist eben die Schreibweise. Es tut mir sehr leid. So, was wir als erstes machen ist, wir warten darauf, dass SQLize synchronisiert wird. Das heißt, await SQLize.sync. Das ist im Endeffekt unser erster Aufruf. Unser nächster Aufruf für diese Funktion ist, wir bauen uns einen neuen User. Also const, zum Beispiel user u, ja, für User. Und das ist dann unser await user.create. Wir bauen uns einen User. Wie sieht ein User aus? Naja, das haben wir ja oben definiert. Ein User hat einen Username. Also bauen wir uns hier drin ein ganz normales Object. Ein ganz normales JavaScript Object, welches, naja, unseren Username halt enthält. User Name Doppelpunkt. Und hier kann ich jetzt reinschreiben, was ich möchte. Wir hatten einen Username 1, 1, 1, 11. Wenn ihr jetzt mehr Werte habt, zum Beispiel noch Geburtstag oder Registrierungsdatum, dann könnt ihr hier natürlich diese Werte hier mit einem Komma einfach trennen. Und dann zum Beispiel Rackdate Doppelpunkt und dann New Date oder sowas bauen. Also das funktioniert natürlich alles. Wollen wir aber hier mal ganz kurz nicht machen. Wenn wir hier damit weiterhantieren wollen, dann können wir natürlich noch alles Mögliche damit machen. Wir bauen uns jetzt erstmal hier über Console.log unseren Output. Und unseren User packen wir in eine ToJSON. Beziehungsweise wir wollen wieder, dass der User eine JSON erwiert. Und den wollen wir dann auch mal ganz kurz loggen, damit wir sehen können. So. Und ja, jetzt... Oh, das läuft ja schon. Jetzt möchte ich ganz kurz mal starten, das ganze Thema. Und wir haben hier drüben SQLize importiert. Das heißt, es wird auf jeden Fall was gemacht. Und wir haben hier sogar einmal ein Select All From Users. Mal gucken, was das so macht. So. Was jetzt hier passiert, ist folgendes. Also, wir fangen einfach mal oben an. Wir starten NPM und dann sehen wir hier Username 1, 1, 11 wird mir ausgegeben. Mit einer ID 1 und mit einer Created Add Timestamp. 20, 22, 0, 2, 0, 3, 6 Uhr 11. Oh ja, es ist wirklich sehr früh heute. Und zwei Sekunden und 0, 0, 7. So. Also, ähm... Ist schon der dritte, zweite? Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Also. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt dieses Objekt schon mal kreiert. Jetzt steht hier allerdings Executing Defaults. Create Table if not exists. Und das ist im Endeffekt genau das, was eure App immer machen wird, wenn sie gebaut wird. Wenn die Tabelle noch nicht existiert mit Namen User, dann bau die Tabelle. Bau sie gleich mit einer ID. Das ist ein Integer, der autoinkrementiert sich. Bau sie mit einem Username. Das ist ein Varchar, der hat 255 Zeichen. Bau sie mit einem Created Add. Das ist ein Date Time, welches einfach not null ist. Und bau sie ein mit Updated Add. Mit einer Date Time, die eben nicht null ist. Und dann setzt den Primary Key auf ID und die Engine auf InnoDB. So. Und dann show den Index. Und dann mach mal den Insert hier. Und mit eben den folgenden Werten, die wir hier gerade eingegeben haben. Das heißt, wir haben hier automatisch eine Datenbank gebaut. Und diese Werte hier, Created Add und Updated Add, die haben wir nicht da eingefügt. Wenn wir uns hier das Ganze mal angucken, dann gucken wir, also hier sehen wir, ne, da ist gar nichts drin. Also bei euch, falls ihr die Tabelle noch habt, ich zeige euch gleich, wie ihr sie loswerdet, falls es den Fehler gab, dass dir irgendwas nicht gepasst hat. Wir müssen hier erstmal Rechtsklick Refresh All machen. Und dann sehen wir hier, Users ist da. So. Und jetzt kann ich hier einfach hergehen, Select Rows. Und dann sehen wir hier, Username 1111 ist hier zumindest mal was drin. Ja, wir haben ihn offensichtlich zweimal drin, warum auch immer. Und das ist im Endeffekt jetzt hier in unserer Datenbank drin. So. Jetzt, wenn das nicht funktioniert hat bei euch, dann gehen wir hier Rechtsklick und sagen hier Drop Table. Wir droppen die jetzt. Und dann ist das in Ordnung soweit. Jetzt ist die ja weg. Ja. Jetzt kann ich die, oder jetzt kann ich das hier einfach nochmal neu ausführen. Und tada. Es wird bei euch auf jeden Fall dann eingefügt. Und dann haben wir hier wieder unsere Tabelle soweit drin. So, jetzt müssen wir hier nochmal Refreshen, weil das jedes Mal gelöscht wird. Und dann sagen wir hier Select Rows. Und dann sehen wir hier Username 1111 mit einer Timestamp um 7.13 Uhr. Also das ist auch abhängig von Zeitzonen etc. Bisschen nervig. Aber ja, diese Timestamps, die hier gebaut werden, die sind einfach für euch mit dazu. Und wir haben jetzt im Endeffekt alles, was wir brauchen. So. Jetzt wollen wir einfach mal hier SQLize nicht importieren. Und führen einfach mal ganz normal nochmal den Code aus. Denn hier vorne haben wir ja noch das DB Execute. Das kann sich ja auch auf die Datenbank verbinden, ohne dass wir hier gleich einen User einfügen. Und das sieht dann so aus. Wir kriegen hier tatsächlich direkt das volle Objekt mit allem, was dazu gehört. Wir kriegen hier unseren User zurück. Was wir aber theoretisch gar nicht wollen, ist, wir wollen ja diese Created Ad und Updated Ad Timestamps. Die wollen wir gar nicht haben. Das sind im Endeffekt Informationen in der Datenbank, die, falls irgendwas schief gehen sollte, falls irgendwas passieren sollte oder falls, ja, wir sie irgendwann mal brauchen, dann können wir in der Datenbank nachgucken, wann sie sich registriert haben und das direkt auslesen. Aber im normalen User steht das ja gar nicht drin. Im normalen User steht einfach nur drin, der extended halt sein Model. So, und deswegen mache ich den Teil hier auch mal wieder ganz kurz raus. Denn ich möchte ja hier eigentlich gar nichts hinzufügen, sozusagen. Sondern ich möchte ja hier eigentlich bloß meine User haben. Ich möchte User.init schon ausführen. Der User soll ja da sein. Wir wollen ja Zugriff auf die Tabelle mit Namen User haben. Wir wollen aber auch in der Lage sein, einfach nur uns User auszulesen und gar nicht mal hier immer einen reinzuschreiben. Und wie wir das jetzt machen mit User auslesen, das machen wir nächstes Mal. Bis dann. Ciao.